In diesem Video möchte ich euch ein Update zur United Health Group Aktie geben. Ich habe das Unternehmen bereits vor circa einem Jahr ausführlich analysiert. Wenn ihr also die grosse Analyse sehen wollt, schaut euch das Video an. Ich verlinke das hier in den Show Notes. Aber hier geht es jetzt wieder darum, dass wir einfach mal schauen, wie hat sich das Unternehmen in einem Jahr entwickelt? Wie sieht es mit den Kennzahlen aus? Wie sieht es auch mit der Bewertung aus? Wie sieht es mit der Chart-Analyse aus? Weil die Aktie aktuell eher etwas schwächelt. Sie kommt nicht zurecht vom Fleck. Seit Anfang des Jahres auch etwa 7, 8, 9% eher nach unten gegangen, obwohl wir eigentlich im Gesundheitsbereich des S&P 500 eher positive Bewegungen gesehen haben. Und genau da gehen wir darauf ein, ob sich vielleicht zum aktuellen Zeitpunkt ein spannender Einstieg bietet oder ob man vielleicht eher etwas vorsichtig sein muss. Also, wenn euch das Ganze interessiert, bleibt doch einfach dran. Mein Name ist Matthias Christen und ich helfe Menschen dabei, langfristig erfolgreich an der Börse zu investieren. Also gehen wir gleich rein ins Update. Zunächst mal die aktuellsten Neuigkeiten zu UnitedHealth. Wir sehen, dass es aktuell ein bisschen Schwierigkeiten beim Unternehmen gibt. Die letzten Wochen, die waren etwas ruppig. Zum einen gab es hier einen Cybersecurity-Angriff, der schlussendlich auch das ganze Gesundheitswesen in den USA etwas in Bedrängnis geführt hat. Also es hat hier wirklich eine Umfrage gegeben von vielen Gesundheitsunternehmen. Die haben gesagt, aufgrund dieses Hacker-Angriffs auf die UnitedHealth gab es hier tatsächlich grossen Einfluss darauf, Unterbrüche etc. Also es ist gar nicht mal so klein zu reden. Aber das ist nicht der einzige Punkt, der aktuell ansteht. Es gibt auch eine kartellrechtliche Untersuchung gegen UnitedHealth. Ja, das ist natürlich immer etwas Unschönes. Die Aktie deshalb etwas reagiert nach unten. Wir sprechen jetzt hier nicht von einem Crash, von einem Einbruch, sondern wirklich von eher kleineren Bewegungen. Auch so Cybersecurity-Angriffe, die können halt passieren. Die werden in Zukunft auch immer mehr stattfinden. Vielleicht ein kleiner Side-Fact oder Seiten-Heap. Schaut euch mal Unternehmen an im Bereich Cybersecurity. Da gibt es auch ganz spannende Möglichkeiten, weil das Thema halt einfach immer wichtiger wird. Wir sehen das immer mehr, dass solche Angriffe stattfinden. Und das hat natürlich einen grossen Einfluss. Wenn das einmal passiert ist, ist es schlimm genug. Ein zweites Mal soll das nicht mehr passieren. Deshalb wird das Unternehmen natürlich grossen Fokus darauf legen, dass das hier alles wieder in die richtigen Bahnen geleitet wird. Aber momentan eher negatives Momentum. Das ist ja mal vielleicht eine gute Möglichkeit, um sich das Unternehmen mal wieder anzuschauen. Also, was sehen wir hier? Kleine Zusammenfassung. Die Einjahres-Performance verglichen mit Elevance Health, mit CVS Health und mit dem S&P 500 Total Return. Der S&P 500 hat im letzten Jahr, also die letzten zwölf Monate, um etwa 31% zugelegt. Elevance Health etwa 8,3%. United Health Group etwa 5,8%. Und CVS Health sogar mit einer negativen Rendite von minus 6,7%. Also, der gesamte Gesundheitssektor eher etwas im Schwächeln, hat nicht so gefragt, wie jetzt Technologie. Und deshalb einfach gerade die ganze Branche wirklich etwas in Schieflage, etwas nicht so gefragt, sagen wir es einfach so. Aber nichtsdestotrotz kann man sagen, dass langfristig betrachtet die United Health Group ein gutes Investment gewesen wäre. Kurzfristig ist aber die Luft leider etwas draußen. Also, jetzt hier schauen wir uns das Ganze mal an. Ich habe die letzte Analyse im März 2023 veröffentlicht. Jetzt vergleichen wir hier mal die ganzen Zahlen bezüglich des Umsatzes. Damals hat man prognostiziert im März 2023, dass man für das gesamte Jahr 2023 einen Umsatz von etwa 360 Milliarden US-Dollar erwartet. Was ist jetzt effektiv eingetreten? Wir haben zwar jetzt auch erst so die noch nicht ganz bestätigten Zahlen, aber die sollten relativ präzise so ausfallen. Wir haben für das 2021 einen Umsatz von fast 672 Milliarden erzielt. Also deutlich mehr, als man das damals vor einem Jahr noch prognostiziert hat. Das ist sehr erfreulich. Die Prognosen bis 2024 lagen damals bei 687 Milliarden. Jetzt haben wir die nach oben korrigiert auf etwas mehr als 400 Milliarden. Also auf kurzfristiger Ebene hat man hier wirklich mehr die Prognosen erhöhen können. Das ist natürlich sehr erfreulich. Wenn man sich das aber anschaut, da im März 2023, die Umsatzprognosen im Jahr 2026 lagen damals bei 477 Milliarden. Jetzt sind wir hier bei 466 Milliarden. Also die mittelfristigen Prognosen, die hat man sogar ein bisschen reduziert, hat hier ein bisschen die Euphorie rausgenommen. Und das alleine ist wahrscheinlich schon mit ein Grund, wieso die Aktie, das Unternehmen halt nicht so performt, wie das viele andere Unternehmen momentan im S&P 500 machen, weil halt eben hier eher etwas die Erwartungen gedämpft wurden. Das sehen wir hier schon mal aufgrund des Umsatzes. Immer sehr spannend, wenn man solche historischen Vergleiche tätigt. Schauen wir uns die Margenentwicklung noch an. Hier stand März 2023, also von der letzten Analyse. Da habe ich die Zahlen per Ende 2022 angeschaut. Die operative Marge lag bei 8,77 Prozent. Die Nettomarge bei 6,2. Momentan die neuesten Zahlen, die ich hier habe, für das Ende Jahr 2023, sieht das wie folgt aus. In der Einjahresperspektive sind die Margen etwas zurückgekommen, aber nur ganz, ganz leicht. Die operative Marge ist jetzt bei 8,71, verglichen mit 8,77 vom Vorjahr. Die Nettomarge ist jetzt bei 6,02, verglichen mit 6,21 vom Vorjahr. Also man muss sagen, die Margen haben sich leicht verschlechtert. Aber die Prognosen, die sehen eher nach wie vor positiv aus, dass sich die Margen noch ganz leicht weiter wieder erhöhen wird. Also für mich kein Alarmzeichen. Aber wir sehen halt schon, dass schlussendlich die Gesundheitskosten hier auch ein bisschen auf die Margen drücken bei United Health. Das sieht man ganz gut aus diesem Vergleich. Schauen wir uns die Gewinnentwicklung an, vor allem die Prognosen vom Gewinn pro Aktie. Sehr spannend. Im März 2021 war der Konsens der Analysten für das Gesamtjahr 2023 bei etwa 24,90 US-Dollar Gewinn pro Aktie. Was ist effektiv eingetreten? Effektiv eingetreten ist ein leicht höherer Gewinn. 25,12 US-Dollar. Also man hat die Erwartungen übertroffen. Die Prognosen bis 2024 lagen damals bei 28,3. Jetzt stehen wir hier im Konsens bei Prognosen von 27,8. Also tiefer, als das noch vor einem Jahr war. Also die Prognosen haben sich hier punkto Gewinn etwas zurückgezogen. Hat einfach mit einem höheren Kostendruck zu tun, ganz klar. Wenn wir uns das Ganze etwas mittelfristig anschauen. Damals die Prognosen fürs Jahr 2026 bei etwa 37,8 US-Dollar Gewinn. Jetzt per Stand heute. Der Konsens liegt hier bei 35,4. Also auch leicht tiefer, als wir das damals vor einem Jahr prognostiziert haben. Also von dem her auch hier die Bestätigung für die momentane Situation bei der Aktie. Die kommt nicht so recht vom Fleck. Ist eher so in einer Seitwärtsbewegung drin. Hat einfach damit zu tun, dass natürlich die Prognosen sich eher etwas reduziert haben langfristig. Das ist jetzt kein Alarmzeichen, wirklich keine Katastrophe. Aber es ist halt auch nicht positiv. Ganz kurzer Unterbruch, bevor es mit dem Video weitergeht. Du hast jetzt noch die Möglichkeit, einen 1 zu 1 kostenlosen Beratungstermin mit mir zu buchen. Auf meiner Website www.mathiaschristen.com In diesem Termin sprechen wir einfach mal ganz unverbindlich darüber, wie du dastehst an der Börse. Ob du bereits investiert bist oder das vorhast. Wie sieht dein Plan aus? Was hast du für eine Strategie? Bist du langfristig orientiert oder eher kurzfristig orientiert? Du kannst von meiner 15-jährigen Erfahrung profitieren. Ich kann mal ganz nüchtern auf dich eingehen und zu schauen, was für dich eine sinnvolle und richtige Strategie ist. Und wir sprechen darüber, wie ich das persönlich für mich umsetze. Das kostenlose Beratungsgespräch ist absolut unverbindlich. Du kannst wirklich nur davon profitieren. Ich würde dir empfehlen, so schnell wie möglich dich anzumelden, damit du dir noch einen Termin sichern kannst. Würde mich sehr freuen, dich persönlich kennenzulernen. Dein Matthias Christen und jetzt geht es weiter mit dem Video. Schauen wir uns noch, werfen wir den Blick in die Bilanz. Hat sich da noch grossartig was verändert? Hier 2022er Bilanz von der letzten Analyse. Da hat das Ganze schon sehr gut ausgesehen. Solide Bilanz, hohe Tilgungskraft. Die Verschuldung aus den zinstragenden Schulden, die sind etwa gleich geblieben, sogar ganz leicht zurückgegangen. Der Goodwill-Anteil, der ist hier zu bemängeln gewesen. Wie sieht das heute aus? Wenn wir uns das vergleichen, die Zahlen von 2023 mit den Zahlen von 2022 sehen wir, dass eigentlich die verzinsten Schulden relativ gleich geblieben sind. Aber der Cashflow angestiegen ist und das schlussendlich hat dann auch zugeführt, dass das Gesamtvermögen angestiegen ist des Unternehmens. Und schlussendlich war dann der logische Schlussfolgerung, die Schuldenquote verzinst, hat sich verbessert, die hat sich reduziert im Vergleich vom Vorjahr. Und der Goodwill, den man noch bemängelt hat, der relativ hoch ist, der hat sich nicht mehr erhöht. Also prozentual ist er auch leicht zurückgekommen somit. Also hier von der Bilanz, von der Verschuldungssituation sogar noch ein besseres Bild als vor einem Jahr. Aber auch nicht zu extreme Veränderungen, aber grundsätzlich positiv zu werten. Jetzt schauen wir noch an, was die Analysten zur Aktie gesagt haben. Stand März 2023, da war man relativ optimistisch, hat ein Potenzial gesehen. Quasi niemand der Analysten hat die Aktie zum Verkauf empfohlen. Stand heute sieht das ähnlich gut aus. Also wir haben fast alle Analysten, die die Aktie zum Kauf empfehlen. Lediglich ein Analyst empfiehlt, die Aktie zu verkaufen. Das würde ich jetzt definitiv nicht übergewerten. Die ganzen Kursziele hier, auf die achte ich überhaupt nicht, die sind mir völlig egal. Die haben nicht viel Aussagekraft für mich. Aber hier dieses Big Picture, sieht gut aus, nicht mehr ganz so euphorisch, wie das damals der Fall war. Aber das würde ich auch nicht übergewichten. Das sieht hier grundsätzlich auch positiv aus. Die Bewertung, jetzt wird es interessant, zu United Health Group von damals. Da haben wir gesehen, dass die Aktie ein bisschen überbewertet war. Ist hier schon in eine Korrektur reingekommen. Keine extreme Überbewertung, aber die war definitiv vorhanden. Das theoretische Kurspotenzial im Einjahresperspektive lag etwa bei 11%. Effektiv sind es dann irgendwie eben 6% geworden. Genau, jetzt Stand heute sieht das wie folgt aus. Aufgrund dessen, dass die Aktie nicht so recht vom Fleck gekommen ist, sie ist leicht gestiegen, aber jetzt nicht extrem. Aber natürlich, die Bewertung, der faire Wert steigt aufgrund der steigenden Gewinne weiter an. Von der Bewertung her stehen wir deutlich besser da, als noch vor einem Jahr. Wir sind nur noch ganz, ganz leicht überbewertet. Da würde ich jetzt gar nicht mehr grossartig von einer Überbewertung sprechen. Das bereinigte KGV im Durchschnitt der letzten 10 Jahre bei etwa 18,7, Stand heute bei 19,7. Das Kursumsatzverhältnis ist ein bisschen drüber aktuell noch als im Schnitt, aber für mich auch noch im vertretbaren Rahmen. Und von dem her gesehen muss man sagen, ist jetzt natürlich auch Stand heute, wenn man sich dem fairen Wert des bereinigten Gewinns orientiert, das Renditepotenzial noch mal etwas höher, als das noch vor einem Jahr war. Und da ist natürlich jetzt auch schon eingerechnet, dass die Gewinne, die Gewinnprognosen ein bisschen zurückgekommen sind. Nichtsdestotrotz sieht es nach wie vor ganz interessant aus. Die Aktie ist jetzt einfach eher so in einer Seitwärtsbewegung drin. Aber jetzt geht es ja hier vor allem nur um die fundamentale Perspektive, wo man sagen muss, wie es bei so vielen Gesundheitsunternehmen ist, sind die Bewertungen relativ fair. Wir haben auch noch Gesundheitsunternehmen, wo die Bewertungen noch deutlich mehr zurückgekommen sind. Aber für mich definitiv keine Überbewertung, eine relativ faire Bewertung bei United Health Group. Schauen wir noch die technische Analyse an. Hier der Stand von einem Jahr im Monatschart, wo wir gesehen haben, dass die Aktie sich über eine längere Zeit eigentlich hier in so einem schönen Korridor entwickelt hat. Schauen wir mal, wie das jetzt aussieht. Ich habe das Ganze jetzt auf den Wochenchart adaptiert, dass wir ein bisschen mehr Präzision reinbringen können. Und da befinden wir uns eigentlich immer noch in diesem Aufwärtskorridor drin. Wir sind jetzt hier aber eher im unteren Bereich dieses Aufwärtskorridors. Also von dem her gesehen ist die Welt hier auch noch absolut in Ordnung. Kein Problem, dass hier zu sehen ist, auch aufgrund der letzten Abverkäufe, die kleineren Abverkäufe, die stattgefunden haben, haben jetzt nicht zu einem charttechnischen Problem geführt. Gehen wir jetzt noch in den Target Chart rein. Da sehen wir eher so ein bisschen eine Problematik. Und zwar sehen wir einfach die Problematik, dass wir jetzt hier in einer Seitwärtsrange sind. Also wir haben hier im Bereich von etwa 560 US-Dollar, haben hier so einen Top drauf, wo die Aktie immer wieder ranläuft und dann immer wieder abprallt. Das ist jetzt mehrfach passiert. Also es ist ein deutlicher, starker Widerstand, wo man ganz klar im Auge haben muss. Das heisst, wenn wir wieder hier hochlaufen, ist es sehr gut möglich, dass hier wieder Gewinnmitnahmen stattfinden. Natürlich nicht mit einer hundertprozentigen Trefferwahrscheinlichkeit, aber wenn wir das so sehen, muss man das definitiv in seine Analyse mit einbeziehen. Auf der anderen Seite haben wir im Bereich von etwa 445 US-Dollar eine schöne Unterstützung drin, wo die Aktie immer wieder hingelaufen ist. Von da ist es dann wieder nach oben gegangen und hier somit immer so in der Seitwärtsrange, eigentlich seit April 2022, wo wir uns jetzt hier befinden. Von dem her gesehen, es gibt Stand heute kein extremes Bedarf, hier jetzt sofort einzusteigen. Es ist kein starkes Momentum da. Als Trader würde ich die Aktie nicht handeln. Ich bin Trendhändler in diesem Bereich, wo ich auf starke Trends setze, nicht auf so Seitwärtsranges, da lässt sich relativ wenig verdienen. Aber als langfristiger Investor muss man natürlich eine andere Perspektive einnehmen. Da hat die Fundamentalanalyse mehr Gewicht und da sieht es relativ interessant aus. Kombiniert mit der technischen Analyse ist es aber so, dass man jetzt hier nicht unbedingt sofort einsteigen muss. Wir haben jetzt hier noch das Quartalsergebnis. Das kommt dann so am 17. April raus. Da wird sich dann zeigen, in welche Richtung sich das Ganze wieder bewegen könnte. Kommt hier Dynamik nach oben. Wir überschreiten diesen Widerstand. Sieht natürlich ganz interessant aus. Wenn wir nach unten abrauschen, würde ich hier nicht ins fallende Messer reingreifen, sondern erwarten, ob wir uns hier wieder so langsam in einen Aufwärtstrend begeben. So kann man das für sich relativ gut umsetzen. Also, gehen wir ins Fazit rein. Das Ganze keine Anlageberatung, lediglich meine persönliche Meinung, wie jedes Mal. Einfach hier ein kleiner Hinweis drauf. Wir sind sehr gut am Markt positioniert nach wie vor. Da hat sich nichts geändert. Wir haben ein krisenresistentes Geschäftsmodell. Wir haben Wachstum in margenträchtigen Segmenten nach wie vor. Wir haben eine solide Bilanz, eine hohe Tilgungskraft. Die hat sich sogar noch verbessert gegenüber dem Vorjahr. Wir haben steigende Margen prinzipiell langfristig betrachtet. Kurzfristig betrachtet sind die jetzt eher ein bisschen zurückgekommen. Aber die Umsätze, die steigen, die Gewinne steigen, leider halt ein bisschen weniger stark, als man das vielleicht noch vor einem Jahr gesehen hat. Aber das ist in einem sehr kleinen Rahmen, vertretbaren Rahmen. Genau. Negativ zu bewerten ist einfach nach wie vor der hohe Goodwill-Anteil aufgrund diverser Übernahmen. Da muss man aber dazu sagen, das hat ja nicht von heute auf morgen stattgefunden, sondern über viele Jahre hinweg. Dieser Goodwill hat sich ein Stück weit hier auch schon relativ gut amortisiert und ist jetzt nicht von heute auf morgen entstanden. Von dem her kann man das auch ein bisschen relativieren. Negativ zu bewerten ist aber sicher auch die Seitwärtsbewegung, die wir charttechnisch sehen. Wir sind in wirklich so einer Range gefangen, wo jetzt sich zunächst mal zeigen muss, wohin die Reise geht, bevor hier wieder ein neues Momentum entstehen kann. Also von dem her gesehen, sicher ein spannendes Unternehmen für das Langfristportfolio. Für einen kurzfristigen Trade finde ich absolut nicht interessant. Und so kann man sich das für sich einordnen, wie man sich hier positionieren will. Gibt keinen extrem schnellen Handlungsbedarf, aber ist jetzt auch für mich langfristig durchaus ein spannender Kandidat im Gesundheitsbereich, wo man sich überlegen kann, dass man hier vielleicht zum gegebenen Zeitpunkt auch mal seine Position ausbaut oder Positionen eröffnet. Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung jedes Mal. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass mir bitte ein Like da, abonniere doch diesen Kanal. Es kommen immer wieder neue, ausführliche Aktienanalysen, ab und zu mal so Updates wie diese, die etwas schneller gehen, wo man wieder auf dem aktuellen Stand ist, wie es um eine Aktie, um ein Unternehmen steht. Und wenn du für dich lernen willst, wie du ein Portfolio aufbaust, sei das langfristig, über viele Jahre hinweg, mit sehr gut wachsenden Qualitätsunternehmen, wo du eine gute Rendite erzielen kannst, oder du auf der anderen Seite vielleicht auch das Interesse hast, einen kurzfristigen Handelsansatz zu erlernen, wie du kurzfristig von schönen Bewegungen am Markt profitieren kannst, dann melde dich einfach bei mir unter www.matthiaschristen.com und dann spreche ich mir einfach mal darüber, was möglich ist. Ganz unverbindlich, kostenloses Beratungsgespräch biete ich dir hier an dieser Stelle an und würde mich sehr freuen auf deine Kontaktaufnahme. Und danke für deine Aufmerksamkeit, dein Matthias Christen. Vielen Dank.